Ah! Warum? Er hat es nur in den Zorn. Wir haben dann den Zorn. Wir haben eine Zorn. Wir haben eine Zorn. Wir haben eine Zorn. Ja, warum? Wenn es nur in den Zorn ist. Ich wollte keine Zeit. Auf! Ähm, komm mal rein. Okay. Also du machst jetzt einfach was, aber ich sag genug mit was. Das, dann hast du auch. Ah ne, ist aber gar nichts vernünftig. Nicht? Ja, irgendwann ist das schon in den Zorn. Kann das schon mal los sein? Ne? Hallo, ich war Arscher, komm, du fährst an. Hey, komm, komm, komm. Ui, komm, komm, komm. Nein, warum war es so unkern? He! Dann haben wir morgen noch mehr zu lachen. Oh Gott, sorry! Ich bin nur unter, ich hab mich nicht froh. Hä? Ich weiß nicht, wie viel du? Weiß ich nicht. Nein! Nein, du hast mich nicht in Ruhe, oder? Nein, du hast mich nicht in Ruhe. Ich dachte, ich dachte, ich will mein Handy wegnehmen. Nein, ich soll dich jetzt in Ruhe lassen. Nimm mal auch immer gleich alles voll persönlich und ernst. Ey, hör doch auf wie du Scheiße, ich lass dir das Geball rausnehmen. Ihr seid so arm aus. Jonas, hör auf! Ha-ha-ha-ha! Ja! Ja, ich weiß es! Prozent Papa hat die Anliegenhörige der Lotto-Falldorf die Händel kommt gleich in den Prozess und den Hauptmann die Bequerel der Prozent 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 der Berge der Berge die Karte der Börsdorf ich möchte den Namen ich kenne deine Hand die Komplettnimmern der Oberfläche wird da hat er da hat er auch ja und schulden und schulden er hat er er hat er doch so behindert Ich bin nicht so sicher! Ich weiß nicht genau von den... Jetzt wollen wir den Dennis. Der Ömer. Jetzt hör doch auf in den Dreck, Alter. Das hab ich geschmissen. Anna, geh weg! Alter Steve, du brauchst heute nicht mehr Dusche. Aber... Geduld. Ich hab's nicht mehr. Viel nasser. Nasser! Noch nasser. Nasser geht's nimmer. Todtöter heißt das noch. Todtöter am tötesten. Am todesten! Todtöter, Maus und Tod. Das kommt. Ah ja, okay. Aua. Eigentlich wollte du bei dir. Eheh ja, hihi. Fahne, das liess mal voll schnell! Jo, voll schnell! Cool, da cruft sogar! Hanna, wenn du nicht so neu gehst, bist du am Arsch. Anna, wie groß der Hund wir... Der hat mich in die Tage gespüße! Sieg ich bloß aber die Storder, wo sie sind, hihi. Halt, warte mal, mach mal die Störner, wenn ich jetzt wieder richtig hin. Mach mal die Steine richtig hin, aber alle. Kata! Jetzt ist es, ne, beide Bälle. Ich weiß, es ist nur ein Loller. Ey, ihr seid euch so am Arsch. Ich bin immer noch Julian. Ja, ja. Alter, du bist voll nass, oder? Du bist voll nass, oder? Du bist voll nass, oder? Das ist so dreckig, Alter, wenn du jetzt immer das ins Gesicht schmeißt. Oh, Katharina, du kannst schon Ball schmeißen. Was? Alle Hilfe. Ich mach dich das nicht. Ey, du bist. Der Wasserspiegel ist mir wieder gesund, gell. Die ist jetzt mit so viel. Wie viel Uhr, Sophia? Warte. Ah, nein. ja ich muss dann gehen die den Eklern der Krono Probe ja wo die Kinder in der Halle in der Sportplatz das ist ein Leid dass ich immer wieder mit